Hallo, mein Name ist Sarina Larkhaff, ich bin von der Cinematik Leipzig. Wir betreiben das Kino in der NATO in der Leipziger Südvorstadt und spielen auch noch an vielen anderen Orten, im Sommerkino von Conny Island zum Beispiel und wir haben ein eigenes Interim in der Kurt Eisner Straße. Und ich bin hier bei Leipziger heute, weil wir heute unseren Sponsoring-Vertrag verlängern. Leipziger ist schon länger ein sehr zuverlässiger Partner, der unsere Kulturarbeit unterstützt. Wir haben ein großes Projekt vor, wir möchten ein Filmkunsthaus für die Stadt Leipzig aufbauen und freuen uns da sehr über die sehr zuverlässige Unterstützung, die wir von Leipziger erhalten, auch in diesen Zeiten. Wie alle wissen, ist es gerade besonders schwer für viele Kulturbetriebe, gerade für kleine Kinos, wo immer noch nicht klar ist, wann wir wieder gerade indoor spielen können. Und umso toller ist es, dass die Unterstützung weiterhin Bestand hat und wir freuen uns sehr darüber. Herzlichen Dank.